Hohohoho! Boah! He, alle gegenseitig fertig, wohoho, gemacht! Oh, wow! Aha, aha! Der Meister hat wieder zugeschlagen! Aha, aha! Nee, Spaß! Nicht, dass ihr denkt, ich werde eingebildet! Das bin ich nämlich nicht! Höchstens ein bisschen eitel! Nee, das auch nicht! Hör mal auf mit dem Scheiß! Wenn ich nämlich eingebildet wäre, würde ich sagen, ich bin der nächste Gronkh! Und das bin ich partout einfach nicht! Niemand ist der nächste Gronkh! Oder der nächste PewDiePie! Hey! Hey! Na gut, dann halt du! Komm her! Gut, die haben alle! So! Huch! Mann, den einen noch! Äh! Äh! Gut, so! Das gibt's noch nicht! Jawoll! Da fehlen noch drei Stempel! Und dann darf ich mich auf keinen Fall treffen lassen! Ach komm! Einfach weiter durch! Ich glaube, da sind die drei! Mensch, da fehlt noch einer! Wow, du hast gerade sowas von Glück gehabt! Junge! Jetzt hatte ich gerade Glück! Mann! Immer schon, schon wieder nur noch eine einzige! Nur noch eine einzige! Du doch nicht so! Zeig mir, wo diese eine einzige noch ist! Habe ich die hierbei irgendwo übersehen? Habe ich da irgendetwas nicht geschlachtet? Sorry für diesen Ausdruck! Nintendo-Wesen schlachtet man nicht! Man zerstammt sie! Oder... Woher Knäueli platziert sie? Ich weiß, dass das kein Wort ist! Tu nicht schon, Moral Apostel! Und ich habe schon vorher eine letzten Aufnahme erwähnt! Knutbert! Wieso heißt der Knutbert? Das ist ein verdammter Knutbert! Das ist ein verdammter Knut... Äh, Goppa, kein Knutbert! Das ist ein verdammter Knut... Naja... Du mit deinen kleinen Flügelchen! Huch! Da ist noch einer! Und jetzt wird's gefährlich! Jetzt wird's gefährlich! Jetzt wird's gefährlich! Ich habe verlernt, wie man die Zunge einsetzt! Oh, Mann! Oh! Oh! Das war's! die da eine letzte verdammte der hatte noch gefehlt knotberg ist ein alter jack kopaschen alte schildkröten was habt ihr mit diesen alten säcken und schildkröten mann feuer kann mir nichts ausmachen schloss joshie asche joshie okay so das ist diese diese spielstand so gerade kurzen auch gehabt so jetzt habe ich wieder meine meine rede künste wieder so man wechseln wieder zum originalen spielstand stoffel ist cool wuffi stoffel sagt du sagst vergiss es ich sehe dich schon von kilometer weit weg wie du auf mich zu fliegst ich habe euch gebraucht man jawohl ich habe schon alle ok ich dachte ich hätte noch nicht alle nein das wollte ich auch nicht jetzt dreht er sich um und jetzt kommt die attacke von hinten ok von vorne aber egal jawohl weiter geht's schnuffel wuffi oder wieder was machst du ja schnuffel nein niin ninn ninn spring 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 hoch hoch Hm, vielleicht klappt es so. Warte, vielleicht klappt es so. Stoß mich! Oh Mann! So pervers ist das ja auch gerade klang. Spring hoch, du Töle! Danke sehr. Aber wir müssen es irgendwie noch schaffen, dass du... Oh, du blöder Hund! Wie komme ich da ran? Oh nein, 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 nein! Hörst du aber auf damit? Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Das ist scheiße. Vielleicht schaffe ich es ja so. Nein. 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 Alle an der gleichen Stelle. Alle an der gleichen Stelle. Das gibt es doch nicht. Hier geblieben. Na, also. Hui! So, wo kommst du denn auf einmal hergeschossen? Komm her. Komm her, verdammt nochmal, du Töle! Danke sehr. Aber da kann ich nichts machen. Oh. So. Hokus, pokus, verschwinden die Busch. Wow! Zum Glück hatten wir gerade da einen Speicherpunkt gehabt. wieso ist er nicht hochgesprungen so musste es das sein hoch wie gut, dass ich den hier noch nicht ausgespuckt äh, ja, ausgespuckt oder zum Ei gemacht habe hallo ja, ich weiß, dass da einer fehlt ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen da spring, spring, spring du bleibst da und schuss sogar in der Luft noch in einen kleinen Stompfer verpasst nee, oh man, lucky two verschwinde, lucky two Uiuiui Na los Fühl mich dahin Manno Wie kriege ich diese eine Blume? Wie kriege ich diese eine Blume? Ich weiß, dass ich die im anderen Spielstand schon habe Glaub ich aber nicht Hä? Was wird denn das für ein Stecker? Das ist... Schnuffel Yoshi Oh wie süß Und da geht es weiter zum nächsten Level Level So Oh der letzte hat uns auch noch gefehlt Nicht nur der zweite Okay Was ist dieser Schnuffeleinstecker? Na ja komm Inwiefern er uns jetzt hier hilft Keine Ahnung Mal schauen Schnuffel ist cool Schnuffel du bist der beste Schnuffel sagt Schön Schön So zu sehen Wer er dafür an will Der dagegen ist Achso So ist das gedacht Dass er immer bei mir ist Wow 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 Ey Langsam Achso hilft er mir Er sucht für mich die Sachen Kommst du? Kommst du? Ich glaube da habe ich dich ja schon geholt Nein Schnuffel Ich meine immer wenn er bellt Vibriert mein Gamepad Ist da was? Komm her dann kann ich auf dich reiten Ja Jetzt habe ich ihn getroffen Indirekt Ja Schnuffel ich schaff es nicht den zu holen Wie soll ich den? Egal Ich habe den schon geholt Fertig Komm her Bei Fuß Huch Schnuffel spring Huch Nein Mist Nein Doppelmist Böser Schnuffel Böser Schnuffel Ach Und ich schwitze in den Kopfhörern Ehhhh Ist das Eis Wie holt man den? 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 Den 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 Denkst du was wenn ich auf dem Gamepad was drücke? Nö 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 Nix Nö Wenn Jetzt wollte ich es nicht aufs Schnuffel machen. Ich wollte nur, dass es schneller runter geht. Nur so zu einfach. Mann. Okay, da kommt man nicht hoch. Der Letzte. Gut, wenn wir den nicht schaffen, dann halt der Letzte. Wo ist der Letzte? Darf ich Schnuffel dafür? Nicht Schnuffel, du bist wirklich ein doofer Hund.